Dieses Rig, das beliebteste in unserem Shop. Wieso? Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Das Carolina Rig ist ganz klar für Barsche eine Macht. Und zu verstehen ist, wie ein Carolina Rig aufgebaut ist. Wir haben den Ring, wo es eingehängt wird, an die Hauptschnur. Und hier kommt dann das Bullet Weight, eine Perle, Stopper, Wirbel und dann nochmals ein Stück für die Upsinkphase mit dem Hacken. Ihr müsst euch vorstellen, die Barsche sind, wenn man das ganze Jahr betrachtet, in den meisten Fällen ziemlich oft grundnah. Und mit dem Carolina Rig bist du halt am Grund und ziehst den Köder halt schön über den Grund weg und schickst deinen Köder eigentlich immer wieder in diese Upsinkphase. Was aber klar ist, wenn ich eine Methode dabei habe für das Barschangeln, dann ist es garantiert immer das Carolina Rig. Egal, wo ich hingehe, egal zu welcher Zeit. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen.